Hildegard von Bing ist wohl die berühmteste Frau des Mittelalters. Sie gilt nicht nur als überragende geistige und theologische Autorität, Mystikerin, Künstlerin und Komponistin, sondern auch als erste deutsche Ärztin und Naturforscherin, eine Universalgelehrte. Von ihr, einer Nonne, stammt die erste detaillierte Beschreibung des weiblichen Orgasmus. Ist die Frau in Vereinigung mit dem Manne, so kündet die Wärme in ihrem Gehirn, die das Lustgefühl in sich trägt, den Geschmack dieses Lustgefühls bei der Vereinigung vorher an. Fast gleichzeitig damit ziehen sich die Nieren der Frau zusammen und alle Teile, die während des Monatsflusses zur Öffnung bereitstehen, schließen sich so fest, als wenn ein starker Mann irgendeinen Gegenstand in seiner Hand fest verschließt. In ihrer Heilkunde Causa et Curae stellt sie eine beeindruckende Sammlung und Deutung des damaligen Wissens um Heilkräuter, Natur und Nahrungsmittel zusammen. Ihre eigenen medizinischen Rezepturen sammelt sie in ihrem Werk Physiker. Die heute boomende wie umstrittene Industrie der Hildegard-Medizin beruft sich auf diese Schriften. Im Jahr 1098 wird Hildegard als Tochter der hochadeligen Mechthild und Hildebert von Bermersheim geboren und als zehntes Kind der Familie schon früh für einen geistlichen Lebensweg bestimmt. Mit acht Jahren wird sie in die Obhut der Benediktinernonne Jutta von Sponheim gegeben. 1112 wird Hildegard selbst Nonne am Benediktinerkloster Disi-Bodenberg. Sie wird als schwächliches und für Krankheiten anfälliges Kind beschrieben, das aber schon früh eine besondere visionäre Wahrnehmungsgabe besitzt. Ihre Visionen und Auditionen verunsichern sie zunächst so sehr, dass sie sie verschweigt, bis sie unter anderem durch Bernhard von Clairvaux dazu ermutigt wird, ihre Erlebnisse niederzuschreiben. Ihr erstes Buch, Skiwias, Wisse die Wege, entsteht und viele Jahre später ihr wichtigstes Werk, der Liber Divinorum Operum. 1136, nach dem Tode Juttas, übernimmt Hildegard die Leitung des Klosters Disi-Bodenberg. Durch ihre Visionen ermutigt, treibt die Nonne bald progressiv die Abspaltung des Frauenkonvents von dem zugehörigen Männerkloster voran. Sie will unabhängig sein. 1150 schließlich ist ihr Kampf erfolgreich und sie gründet mit circa 20 Nonnen ein neues Kloster auf dem Rupertsberg in Bingen am Rhein. Bei allem Visionärin und Unkonventionellen bleibt Hildegard bei der Gründung ihres eigenen Klosters standesbewusst. Ausschließlich adelige Frauen werden in ihren Konvent aufgenommen. Welcher Mensch sammelt seine ganze Herde in einem einzigen Stall? Ochsen, Esel, Böcke, ohne dass sie auseinanderlaufen? Erwidert sie auf die Kritik an dieser durchaus ungewöhnlichen Vorgehensweise. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Das Paulus-Zitat, auf das sich Hildegard als Frau immer wieder beruft, gilt bei ihr selbst nicht für alle. Hildegards Visionen und ihr natur- und heilkundliches Wissen sind schnell in aller Munde. Bereits zu Lebzeiten ruft ihre Person Staunen und Bewunderung hervor. Sie wird als Prophetissa Teutonica verehrt. In Scharen pilgern die Menschen zu ihr, um geistlichen und medizinischen Rat zu erbitten. Die Berufung auf göttliche Visionen ist im Mittelalter für Frauen oft die einzige Möglichkeit, ihren Gedanken und ihre Expertise Gehör zu verschaffen. Sich als Seherin zu outen, ist gleichzeitig keineswegs ungefährlich, solange man nicht offiziell von der Kirche als Prophetin anerkannt ist. Papst Eugen III. bestätigt jedoch um das Jahr 1147, dass Hildegards Gabe nicht vom Teufel ist. Diese offizielle Anerkennung ist von unschätzbarer Bedeutung. Sie verleiht Hildegard eine gewisse Autonomie, befreit sie von ihren Selbstzweifeln und stärkt ihre Verhandlungsposition. Hildegards Visionen sind meist kosmische Bilder, die sie als tiefe Einsichten in Gottes Schöpfung oder Bilder des göttlichen Heilsplans deutet. Wichtige Themen sind die Einheit von Seele und Leib oder die Repräsentation des Ganzen des Makrokosmos im Kleinen des Mikrokosmos. Eine Figur, die an den späteren Leibniz erinnert. Die Achtung, Wertschätzung und Liebe des eigenen Körpers betont Hildegard besonders stark. Ihre Magistra Jutta von Sponheim, die sich jahrelang kasteite mit Selbstgeißelungen und einem Bußgürtel, war ihr ein abschreckendes Beispiel. Solche Grausamkeit konnte nicht der Wille Gottes sein. Für Hildegard ist der Mensch untrennbar Körper und Seele. Beides gehört ganz und gar zum Menschsein. Das gilt auch für seine Lust und Sexualität, die Hildegard detailreich beschreibt. Auch die Lust hat ihren Platz in der Sphäre des Heiligen. Damit grenzt sie sich deutlich von der mittelalterlichen Leib- und Lustfeindlichkeit im Gefolge Augustins ab, für den die Lust Ausdruck und Überträgerin der Erbsünde ist. Ihre Visionen wurden durch eindrucksvolle Miniaturen illustriert. Ein Beispiel ist das Bild der Engelchöre. Engel sind für die Benediktinerin Brückenwesen zwischen dem göttlichen und dem menschlichen. In konzentrischen Kreisen umgreifen sie das undarstellbare göttliche Geheimnis, von dem sie eine leise Ahnung vermitteln. Dabei orientiert sich die Mystikerin an einem symbolischen Zahlenschema von 2, 5, 2. Die äußersten beiden Kreise stellen die Engel und Erzengel dar. Sie verrichten Botendienste und vermitteln zwischen dem göttlichen und dem menschlichen. Es folgen die Kräfte, kraftvermittelnde Wesen, die zum Fragen nach dem Heiligen befähigen. Die Mächte, Lichtgeister, die dem Menschen den Abstand zwischen Gott und Mensch vor Augen führen. Die Fürstentümer, Herrschaften und Throne. Die innersten Kreise sind die Cherubim und Seraphim, deren Dasein in reiner flammender Liebe zu Gott besteht. Sie repräsentieren Weisheit und Wissen Gottes, nehmen in ihrer reinen Gottesschau die göttlichen Mysterien auf und spiegeln sie zurück. Ihr Dasein ist reines Schauen und sich verströmen in purer Freude und Seligkeit. Hildegards Denken ist bildgewaltig, weniger systematisch und argumentativ. Gleichwohl kannte sie die theologischen Schriften ihrer Zeitgenossen und der Kirchenväter. Für die Nonne sind die mystischen Bilder die geeignete Reform, um dem Geheimnis Gottes eine Sprache zu geben. Sie erfindet sogar eine eigene Geheimsprache und Schrift, um das göttliche Mysterium auszudrücken. Korzintio heißt in ihrer Sprache Prophetin oder Livions der Heiland. Es geht in ihrer Theologie immer um das Ganze, um Mensch und Gott und Kosmos und die Verhältnisse und Kräfte, die alles zusammenhalten. Um Jesus Christus, den Erlöser und Dreh- und Angelpunkt, der Gott und Menschen zusammenführt. Hildegard wird Zeit ihres Lebens von Krankheiten geplagt. Trotzdem erreicht sie ein damals fast biblisches Alter. Am 17. September 1179 stirbt Hildegard von Bingen mit 81 Jahren. Um ihr Leben und Sterben ranken sich zahlreiche Legenden. Während und nach ihrem Tod wird sie wie eine Heilige verehrt. Ihre offizielle Kanonisation scheitert jedoch vorerst, auch wenn an ihrer Heiligkeit zu keiner Zeit Zweifel bestehen. Erst 2012 wird sie von Papst Benedikt XVI. weltweit heilig gesprochen.